Ja, es kommt nicht immer auf die Größe an, that's what she said. Ne, aber mal im Ernst, heute gibt es ein Produkt im Test, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Mini. Und zwar wäre das das Razer Siren Mini für 60 Euro. Das heißt, es ist nicht nur Mini von der Größe, sondern auch Mini vom Preis, allerdings auch leider Mini vom Funktionsverfahren. Ist allerdings kein Problem, denn in dem Punkt, in dem es überzeugen muss, hat es voll gepunktet, welcher das ist. Zu dem kommen wir gleich noch. Jetzt allerdings vorher noch zum Lieferumfang. Da gibt es genau vier Sachen. Einmal ein Kabel, natürlich das Mikrofon, Verlängerungsstüche und der Standfuß. Bauen wir das Ganze mal zusammen. Beim Kabel, seht ihr schon, es ist Mikro USB, allerdings kein Problem, weil es ja eh vormangepasst ist. Was ihr dann hier reinsteckt, spielt eigentlich keine echte Rolle. Gibt es dann hier unten eben Gewinde, könntet ihr für ein Boomarm nutzen oder eben für das Verlängerungsstückchen. Da hätte ich gern optional was Längeres gesehen, wenn es denn für euch auf dem Tisch ein bisschen zu kurz ist. Und dass es aus Plastik ist, ist jetzt nicht so super, aber es wirkt stabil genug. Dann eben noch der Standfuß, auch mit einem Gewinde. Das ist allerdings dann aus Metall. Und das Ganze eben auch noch, wie ihr schon sehen könnt, vielleicht hat so ein Kugelgelenk. Wobei das jetzt nicht allzu sehr schwenkt. Seht ihr definitiv, das ist Mini. Denn verglichen mit den zwei kleinsten, die ich ja sonst noch hier habe, Ergato Wave 3, das ein gutes Stück in Größe ist. Und noch eben eins, das Nano heißt, aber nicht unbedingt Nano ist. Im Vergleich zu dem Mini wäre das Blue Yeti Nano. Also ihr seht schon, beide deutlich größer. Allerdings auch besser verarbeitet. Gerade das Yeti Nano wirkt ja deutlich hochwertiger. Und das Wave, zumindest vom Standfuß, der ganze Rest ist hier eigentlich auch Plastik. Also von daher, fürs Geld passt es von der Verarbeitung. Was mir allerdings ein bisschen fehlt, wobei es mich persönlich jetzt nicht stört, aber Feature-technisch, wenn ich es schon erwähnt habe, das Ding hat nicht viel. Es ist absolut bare bones. Ihr habt hier nur die LED, die euch zeigt, dass es aktiv ist und wo ihr eben reinreden müsst. Es gibt keinen Kopfhörerausgang, es gibt keinen Gain-Switch, keinen Lautstärkeregler oder sonstiges, keinen Mute-Button, nichts. Bisschen schade, aber wenn ihr eben nach etwas sucht, das klein ist auf dem Tisch, nicht viel Platz wegnimmt, dann okay. Wobei, wenn ich eben schon sage klein, wenn ich es jetzt irgendwann auf dem Tisch stelle, seht ihr das noch nicht mal. Ich müsste schon mindestens drei Zentimeter annehmen, bis es überhaupt sichtbar ist. Wirkt das natürlich jetzt gerade für den Test deutlich zu niedrig, aber wenn ich jetzt normal auf meinem Gaming-Stuhl sitze, an normalerem Tisch, dann ist es sogar fast auf Mundhöhe, allerdings ein bisschen weiter weg. So nah habe ich halt dran mit 30, 35 Zentimeter. Und es nimmt nicht wirklich viel weniger Platz weg wie jetzt ein Elgato Wave, aber in der Höhe nimmt es weniger. Es ist relativ dezent und wie es halt klingt, ist das Wichtige. Und deswegen lasse ich euch jetzt mal alleine mit der Demo, in der ich da ein paar Sachen teste. So, jetzt testen wir mal das USB-Grundrauschen mit einer Lautstärke von 80 ohne irgendwelche Filter. Jetzt mal das Ganze mit einem OBS-Rauschfilter von minus 7, wo ich sonst eigentlich schon auf minus 10 gehen muss, damit ich komplett alles ausfiltern kann, ist das hier allerdings nicht nötig. Jetzt kommen wir zu den Handlingsgeräuschen. Dafür musste ich, und das hört ihr wahrscheinlich jetzt auch schon auf den Tisch legen, klopfe ich jetzt mal auf diesen. auf den Fuß, auf das Mikro und auf das Gitter des Mikros. Jetzt checken wir noch, wie lautet ihr ein Clicky Keyboard hören. Das Keyboard ist übrigens direkt vor dem Mikrofon. Und jetzt rede ich noch einfach, damit ihr mal hören könnt, wie stark das dann noch abgefiltert wird. Jetzt checken wir mal die Plosion aus, so eine Entfernung von knapp 20 Zentimetern. Peter Panik, Pump Power, Peter Panik, Pump Power. Peter Panik, Pump Power, Peter Panik, Pump Power. Jetzt das Ganze mal aus einer Entfernung von knapp 5 Zentimetern, damit wir mal den Proximity-Effekt testen können. Jetzt das Ganze aus einer Entfernung von knapp 20 Zentimetern, was eigentlich so die Distanz ist, die man beim Podcasten nutzt. Jetzt mal 40 Zentimeter, was am ehesten so meiner normalen Entfernung zu meinen Mikrofons bei meinen Videos entspricht. Und jetzt noch das Ganze aus knappen Meter Entfernung, was allerdings schon deutlich mehr ist, als man sowieso jemals nutzen würde. Von daher einfach mal, damit das mal gehört hat. Jetzt testen wir mal, wie das Mikrofon bei 0 Grad klingt, aber das habt ihr ja schon oft genug gehört, und deswegen drehen wir jetzt mal auf 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 180, 180, 180, 180, 90 auf der anderen, 90 auf der anderen, 90 auf der anderen und wieder zurück auf 0, 0, 0. Ferdi Waldmüller, genannt Waldo, der Name ist aus Gründen der Anonymität geändert, war dafür berüchtigt als ein Sektenaß, wenn man ihm Geld dafür gab. Man durfte dann zusehen, wie Waldo eine Fliege oder einen Käfer in den Mund steckte, zerbiss, zerkauhte und hinunterschluckte. Bei kleinen Insekten kostete es weniger, bei großen Brummern verlangte Waldo mehr für die Vorführung und immer wieder fand sich einer, der zahlte. Um gerade in den Genuss dieses haarsträubenden Hausspiels zu kommen, machten wir für ihn Schlepperdienste und priesen ihn an. Du, ich kenne ja in der Frist die dicksten Käfer, wenn man ihm dafür 50 Schilling zahlt. Waldo überwand sich dazu nur, weil er ständig Geld brauchte. Von seinen Eltern bekam er nämlich keinen Schilling. Dass die Geld nur den Zwang, etwas derartig Ekeliges zu tun, machte ihn beinahe zum Helden und Märtyrer. Keiner von uns anderen hätte das Zeug dazu gehabt. Kam Waldo dann mit irgendeiner neuen Erwerbung daher, einer Baseballmütze oder einer teuren Doppelzudeh, so fingen wir unwillkürlich an nachzurechnen, wie viele Insekten er dafür wohl hatte hinunterwürgen müssen. Ferdi Waldmüller genannt Waldo. Der Name ist aus Gründen der Anonymität geändert, war dafür berichtigt, dass er Insekten aß, wenn man ihm Geld dafür gab. Man durfte dann zusehen, wie Waldo eine Fliege oder einen Käfer in den Mund steckte, zerbiss, zerkaute und hinunterschluckte. Bei kleinen Insekten kostet es weniger, bei großen Brummern verlangte Waldo mehr für die Vorführung. Und immer wieder fand sich einer, der zahlte. Um gratis in den Genuss dieses haarströmenden Schauspiel zu kommen, machten wir für ihn Schlepperdienste und priesen ihn an. Du, ich kenne an der Frist die dicksten Käfer, wenn man ihm dafür 50 Schilling zahlt. Waldo überwand sich dafür nur, weil er ständig Geld brauchte. Von seinen Eltern bekam er nämlich keinen Schilling. Dass die Geld und die Zwang der hatte, nicht Ekliges zu tun, machte ihn beinahe zum Helden und Märtyrer. Keiner von uns anderen hätte das Zeug dazu gehabt. Kam Waldo dann mit irgendeiner neuen Erwerbung nachher, einer Baseballmütze oder einer teuren Doppelzudeh, so fingen wir unwillkürlich an nachzurechnen, wie viele Insekten er dafür hat, hat er wohl hinunterwürgen müssen. Ferdi Waldmüller genannt Waldo. Der Name ist aus Gründen der Anonymität geändert, war dafür berüchtigt, dass er Insekten aß, wenn man ihm Geld dafür gab. Man durfte dann zusehen, wie Waldo eine Fliege oder einen Käfer in den Mund steckte, zerbiss, zerkaute und hinunterschluckte. Bei kleinen Insekten kostete es weniger, bei großen Brummern verlangte Waldo mehr für die Vorführung. Und immer wieder fand sich einer der Zeite. Um gratis in den Genuss dieses haarströmenden Schauspiels zu kommen, machten wir für ihn Schlepperdienste und priesen ihn an. Du, ich kenne einen, der frisst die dicksten Käfer, wenn man ihm dafür 50 Schilling zahlt. Waldo überwand sich dazu nur, weil er ständig Geld brauchte. Von seinen Eltern bekam er nämlich keinen Schilling. Dass die Geld nur den Zwang, der dich Ekliges zu tun, machte ihn beinahe zum Helden und Märtyrer. Keiner von uns anderen hätte das Zeug dazu gehabt. Kam Waldo dann mit irgendeiner neuen Entwerbung daher, einer Baseballmütze oder einer teuren Doppel-CD, so fingen wir unwillkürlich an nachzurechnen, wie viele Insekten er dafür hatte wohl hinunterwirken müssen. So, Tests habt ihr gehört. Und ja, dazu muss ich natürlich jetzt noch meinen Senf abgeben. Das Ganze mittels eben des Razor Siren Mini und noch einen kleinen Kompressor obendrauf, damit ihr besser beurteilen könnt, wie es dem Alltag so klingt. Ja, zu den einzelnen Tests habe ich folgendes zu sagen. Was am Grundrauschen war, ja, das ist sehr, sehr schön zu sehen, endlich mal unter dem Durchschnitt. Das heißt, leiser, das heißt, besser. Eigentlich dann also über dem Durchschnitt. Nee, also es war echt ein gutes Stückchen leiser als alle anderen. Wenn ich das vergleiche mit Megato Wave, mit dem Yeti Nano oder so weiter, sind die hörbar lauter. Das ist schon eher auf dem Level eines Yeti und das ist eins der wenigen mit vielleicht noch dem Rode NT-USB, die kaum hörbar sind. Also daher wirklich schön. Ansonsten Handlingsgeräusche, muss ich sagen, hat es ganz gut gelöst. Also gerade auf dem Tisch selber ist da so ein leichter High-Pass-Filter. Das heißt, das ganz tiefe Brummen ist da nicht da. Also diese Bassgeräusche. Natürlich, wenn ihr auf dem Standfuß direkt rummacht oder auf dem Mikrofon selber, hat man das gehört. Aber wie oft macht man das schon wirklich? Ansonsten Keyboard-Tippen. Klang vielleicht im Test ein bisschen heftig. Allerdings habt ihr sonst vielleicht schon ein bisschen weiter weg. Und auch das war ganz gut gelöst. Plosion, die waren vielleicht ein bisschen Problem. Gerade wenn ihr näher dran seid, solltet ihr gucken, dass ihr da irgendwie vielleicht ein Pop-Filter oder sonstiges davor macht. Was dann halt eben das kleine Setup schon ein bisschen vergrößert. Gibt es da ein paar Aufsätze. Allerdings die aus Schaumstoff könnt ihr vergessen. Da habe ich probiert, die bringen nahezu gar nichts. Aber wenn ihr nicht direkt reinredet, wenn ihr ein bisschen größere Distanz als 20 Zentimeter habt, ist das auch nicht wirklich ein Problem. Also sonst benutze ich alle meine Mikrofone ohne. Red halt nie direkt allzu pulsionsartig rein. Und dann passt die ganze Sache auch. Ansonsten 15 Meter Entfernung war ganz gut. Klang natürlich voller. Klang auch ein bisschen lauter. Dann 20 Zentimeter finde ich so ein Sweetboard. Also alles so zwischen 5 und 20 Zentimetern. Da klingt es halt wirklich schön und voll. Dann würde ich sagen, so bis 30 Zentimeter klingt es noch ganz gut. Alles ab so 40 Zentimeter plus. Da bricht halt der Klang schon ein bisschen mehr ein, weil es halt nicht so pegelstark ist. Da müsst ihr den Pegel dann eben schon ein bisschen eher antreiben. Also guckt, dass ihr innerhalb 40 Zentimetern bleibt. Und dann passt die Sache auch. Ansonsten der Null-Grad-Test. Ja, da muss ich nichts zu sagen. Das ist ja so, wie es normal klingt. Bei 90 Grad tut es eigentlich relativ gut abschirmen. Bei 180 hört man dann schon wieder eher was, was ja super kardioidmäßig eben normal ist. Und das wäre es im Prinzip schon zu den Tests gewesen. Allerdings jetzt noch kurz was zu eben den Tests im Vergleich zu den anderen Mikrofonen. Muss ich sagen, hat es sich gerade tonal wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Also Yeti Nano, muss ich sagen, klang allgemein zwar auch recht neutral, aber ich muss sagen, das klang angenehmer, irgendwie runder, weil obenrum klang es relativ sanft, allerdings relativ schöner Grundton. Dann haben sie eben ein bisschen Bass rausgenommen, dass es nicht zu heftig wird, wenn ihr dann natürlich noch mit dem EQ nacharbeiten wollt, macht das gerne. Aber ich muss sagen, so wie es hat Werk abgestimmt, ist es sehr, sehr schön. Denn wenn ich zum Beispiel so einen Gator Wave anhöre, da höre ich obenrum ein bisschen mehr Auflösung, ein bisschen mehr Details. Es wird allerdings auch mit ein bisschen mehr Rauschen erkauft. Aber ich muss sagen, dass das fand ich schon immer ein bisschen komisch klang. Ich weiß, die ganzen Tests sind sehr, sehr positiv. Meiner war allgemein positiv, wobei ich selber ja damals schon gesagt habe, der Klang ist nicht so besonders für das Geld. Aber wenn ich dann eben überlege, hier zahlt ihr ein Hunderter weniger. Gut, ihr habt null Features, aber ihr habt einen wirklich schönen Klang, der eben locker, und das tun sie auch so anwerben, mit 100 Euro plus Mikrofon mithalten kann. Und das kann er. Ihr habt es gehört. Also das ist ein 170 Euro Mikrofon, wobei ihr wahrscheinlich 60, 70 Euro nur für die Features zahlt. Und allein auch schon ein Yeti Nano kostet, ungefähr 110. Also fast das Doppelte von dem hier. Und ja, war jetzt klang mich nicht wirklich besser. Okay, ihr habt hier einen Volumeregler, ihr habt hier noch Omni, was allerdings sowieso keiner nutzt. Ihr habt noch einen Kopfhörerausgang. Aber wenn ihr einer seid, der sagt, ich brauche null Features, ich stelle das Ding einmal ein und dann benutze ich das. Und so muss ich ehrlich sagen, nutze ich alle meine Mikrofone. Ich habe noch an keinem Mikrofon nach dem ersten Mal einstellen den Gain verändert. Kopfhörerausgang nutze ich sowieso nie. Pattern wechseln ich nie. Also wenn ihr ein absolutes, featureloses Ding braucht, nicht viel zahlen wollt, allerdings eben die Vorteile haben, weil von einem wirklich geringen Grundrauschen, wo ihr euch gar keine Sorgen machen müsst um einen Filter, aber mit einem wirklich schönen Klang, der eben gerade obenrum sehr, sehr sanft ist, obwohl allerdings nie dumpf, weil da ist so eine leichte Anhebung und dadurch klingt es ein bisschen klarer. Aber was ihr vielleicht auch gemerkt habt, gerade wenn ihr genau da mit Kopfhörern hingehört habt, das nimmt sehr, sehr wenig Raum auf. Also gerade wenn ihr einen relativ lauten Raum habt, wo vielleicht zum Beispiel der PC noch in der Nähe ist, was bei mir der Fall ist, oder wenn ihr sonstige Nebengeräusche habt, die werden hier relativ raumtot aufgenommen, was ich sehr, sehr gut finde, denn gerade in Elgato Wave klang da ein bisschen mehr Busy, ein bisschen, ja, Busier. Ja, und das Nano, muss ich sagen, klang jetzt nicht wirklich besser. Also von daher gibt es, auch wenn es nichts kann, wobei, eins, ganz, das ist sehr gut klingen, absolut eine Empfehlung. 60 Euro ist jetzt vielleicht nicht wenig und eins müsste ich da vielleicht empfehlen noch oder erwähnen, das wäre das Mackey E-M91CU, kostet auch so knapp 50 Euro, ist sogar noch ein bisschen günstiger, kommt auch mit USB daher, sogar mit einer Spinne, allerdings eben keine Möglichkeit ist, direkt auf den Tisch zu positionieren. Dann bräuchtet ihr eben ein Boomarm, also wenn ihr sowieso ein Boomarm nutzen wollt, dann könntet ihr das in Erwägung ziehen. Wenn ihr es halt auf dem Tisch nutzen wollt, bräuchtet ihr da einen extra Ständer, sind extra Kosten, müsst ihr nicht erwägen. Hier braucht ihr eigentlich nichts, abgesehen, vielleicht eine Sache überlegen, wäre so eine Art kleiner Popfilter, da gibt es eventuell welche, so wie man drauf machen kann, so ähnlich wie ich es auch bei den Mackey-Tests gezeigt habe, aber wenn ihr da nicht übertrieben was falsch macht, dann könnt ihr auch mit dem Produkt nichts falsch machen. Das klang schon fast wie eine Werbung, ah Mist. Nee, aber ich muss sagen, klanglich hat es mir echt gut gefallen und wie schon gesagt, ich kann da absolut verzeihen, wenn es sonst nichts kann, weil es eigentlich nichts können muss, denn guckt euch mal die ganzen Profi-Dinge an, die haben auch nichts, Drehregler und so weiter. Okay, bei USB wäre es an der Hand gewesen, auch dass es keine Synapse-Unterstützung hat oder sonstiges, aber vielleicht auch besser so. Okay, das soll es gewesen sein, lasst mich in den Quadraten wissen, was ihr dazu sagt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.